25. September 2018 14.57 Ilya Abutovic fällt vorerst aus DHB Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen müssen die nächsten Spiele ohne Ilya Abutovic auskommen. Der 30 Jahre alte Serbe erlitt bei der 32 zu 35 Niederlage in der Champions League gegen den polnischen Handballmeister PGE Weif Jelzey einen Muskelfaserriss in der rechten Wade. Ilya ist für uns eigentlich ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Innenblocks. Wir rechnen mit einer Ausfallzeit von 4 bis 6 Wochen, sagte Löwentrainer Nikolaj Jacobsen. Am Mittwoch 19 Uhr trifft der deutsche Wiesemeister in der Champions League auf den weißrussischen Serienmeister HC Meschko Brest.